Wir öffnen das 15. Türchen und haben wieder ein Gewinnspiel für euch vorbereitet. Nämlich dieses Mal gibt es dieses wundervolle Seidenshirt von Alva Gallery. Das ist ein brandneues Shirt aus der neuen Frühjahrskollektion 2024. Das ist noch gar nicht im Handel da. Und ich finde, es ist super schön. Ich ziehe das gleich mal lang. Da ist es mir nur ein bisschen zu groß. Und das Teil ist gerade geschnitten, etwas länger. Hat einen Kurzarm mit einem kleinen Umschlag. Ist ein Satin, ein Seitenstretchgemisch. Und hat hinten, finde ich, seht ihr das? Eine richtig tolle Naht hier hinten im Rücken. Und ist ein super Teil. Wie gesagt, gibt es noch nicht im Handel. Und wir wünschen euch viel Glück.